Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der anhaltende Stress im Bankensektor könnte die USA jetzt näher an eine Rezession bringen. Es könnte eine Kreditklemme ausgelöst werden und das würde zumindest das Risiko für eine Rezession erhöhen. Andererseits ist aber auch zu erkennen, dass der Abfluss von Einlagen bei kleineren US-Banken schon eine Verlangsamung erfahren hat und jetzt wird auch peu à peu wieder das Vertrauen hergestellt. Schauen wir uns mal die Marktreaktion an. Den Risiko in Wahrheit gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollen sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los. Wir gehen rüber zum S&P 500. Wir sind im Wochenchart und die Anleger hatten sich jetzt kurzfristig eher erleichtert als pessimistisch oder panisch gezeigt. Es könnte also einen neuen Anlauf geben zum März hoch bei 4.082 Punkten und ein Ausbruch nach oben könnte dann Potenzial freisetzen in Richtung Jahreshoch 4.208 und auch zum Augusthoch bei 4.327. Wichtig ist aber, dass es eben einen nachhaltigen Ausbruch nach oben gibt. Euro-Dollar fiel innerhalb von zwei Tagen von knapp 1.09 bis 1.07 zurück. Der Rückgang ist stark, aber im großen Bild ist das eben nur eine Korrekturbewegung gewesen nach einem stärkeren Push und die langfristige Struktur ist auch nach wie vor aufwärts gerichtet. Das heißt, potenzielle Ziele liegen bei 1.010.33 und dann sind wir schon bei 1.11.85. Erst ein Bruch oder 1.04.82 würde den Aufwärtstrend beenden und dann müsste man die Situation neu beurteilen. Wir gehen nochmal rüber zu Gold. Gold hat die Aufwärtsbewegung in der Vorwoche erstmal unterbrochen. Wir haben einen sehr ausgedehnten Aufwärtsimpuls. Verschnaufpausen sind daher keine Überraschungen und sind eben auch natürlich. Also auch Korrekturbewegungen sind ja wieder gut, um von da aus wieder einen neuen Angriff zu starten. Der Markt hält sich nach dem Fehlausbruch in der Vorwoche auf hohem Niveau. Es war ja nicht möglich, das Hoch vom April 2022 bei 1.898 Dollar zu knacken. Die potenziellen Ziele auf der Oberseite sind aber nach wie vor bei 2.070 Dollar zu finden und bei 2.075. Und das Zwischenhoch wäre dann das Hoch der Vorwoche bei 2.010 Dollar. Wir gehen nochmal runter in den 4-Stunden-Chart. Wir haben kurzfristige Unterstützung bei 1.966 Dollar. Die wird aktuell getestet und auch respektiert. Und wir hätten noch zwei Tees, eins bei 1.954 und eins bei 1.934. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg für heute. Und wer noch mehr Hintergrundinformationen haben möchte, schauen Sie gerne mal in mein Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.